hallo leute und damit herzlich willkommen zurück zu wahlheim schön dass sie wieder rein lohnt und vor allem dabei sein bei meiner krassen tour ein sumpfgebiet zu finden wo ich mal diesen schlüssel verwenden kann den ich aber so klug wie ich bin nicht dabei habe etwas was ich jetzt im moment schon wieder bereue warum ich das gemacht habe ist weil ich nicht während sterbens den verlieren wollte weil wenn ich das richtig verstehe mein fucking gott was ist das ich muss einfach mal ganz schnell los so schnell habt ihr das noch nie gesehen wie ein mensch losmuster wie das ist ja überräutig was ist das das schaffe ich doch nicht was ist das kommt daher oh gott was wissen du jetzt von mir alter geht er stampft da hinten übel rum leute es tut mir so leid dass das so dunkel ist aber ich brauche doch mein geiles schild leute ist ein skelett irgendwo oder oh mein gott was ist das ich habe angst ich habe so angst es ist nacht hier noch schild nee ich kann das nicht machen leute das ist das dümmste jetzt überhaupt kommt es hierher ich würde so gerne jetzt einfach mal kurz hier pennen wollen was habe ich denn dabei leute gar nichts ich habe ja noch nicht mehr steine wo steine kann ich mir ja ich höre es die ganze zeit hier baum würdest du bitte in meiner nähe bleiben traue dich jetzt kommen ja auch gott ist das wirklich egelhaft hier oh mein gott wie die halt direkt auf mich aufmerksam werden scheiße ich habe aber oh freeze aus der hölle übel heftig der cup freeze oh gott oh nee das vieh kommt leute scheiße das ist so ein baumspinnwesen boah das ist so eklig das ist richtig freudig macht mir auch übelste angst hier oh mein gott das schon mal gesehen wie krass ein mensch hier komplett steif steht auf so einer insel der hat mich so erschrocken der hat mich so erschrocken oh gott der kommt oder ich würde halt super gerne hier pennen leute das braucht die sich wieder nöte aber diese nachtscheiße hier die nervt total weil das ist so dunkel leute das verstehe ich deswegen sollte ich wahrscheinlich auch dieses licht haben den schaff ich doch nie hab ich hab ich feuerpfeile der sieht doch so aus als könnte der gut brennen oder oh gott der ist übel eklig überall ist hier gefahr leute der baum der nervt der nimmt mir die sicht schundegel du nervst ebenfalls ja klar oh mein gott die haben mich hier oh gott die haben mich hier reingekickt die haben mich hier über reingekickt habt ihr das gesehen halt haben die mich hier weg gekickt das ding ist ich kann die halt weg kloppen wie ich will ne die kommen immer wieder das ist so bissl nervig wenn ich ehrlich bin dass die wirklich du säuberst im gebiet und die spawnen die ganze zeit wieder das ist so bissl unbefriedigend wenn ich ehrlich bin warum sammelst du das nicht ein weil du schon wieder tausend kram dabei hast die niemand braucht diese komischen samen die können jetzt immer weg ja alles weg ich will doch lieber das mitnehmen hier das ist doch viel wichtiger gerade so wo ist jetzt dieses baum monster leute vielleicht mache ich hier mal kurz den baum weg was ist denn das da hinten jetzt bitte noch da hinten ist so ne krasse giftparty oh mein gott ich hab so angst hier in dem so im gebiet was ist denn das da hinten jetzt gibt es hier suchen oder so den qualmt sich einer übelst eins ab vielleicht sollte ich das baum muss erst mal kurz beiseite lassen wer ist denn da ach so das ist einfach nur so ein bobbelfieh oder oh mein gott das ist glaube ich so ein das ist ein upgrade oder schleim wat oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott gut dass ich den gift ach so der spawnt immer wieder neue oder scheiße na super ey das ist ja wirklich richtig fantastisch oh mein gott oh mein gott ist das spannend schlund egel überall okay dahinten ist ein übelst trauernest leute wo ist denn eigentlich das komische ebnengebiet das habe ich auch nie vergessen leute oh gott der baum kommt der baum kommt ich höre den die ganze zeit trampeln ich muss aufpassen wie bolle ne das ist alles wirklich keine geile idee hier ist denn hier gewesen geh doch da hoch bitte okay essen was haben wir denn noch oh mein gott okay da möchte ich gerne hin vor allem weiß man hier ja auch nie wann mal die nacht aufhört in diesem gebiet ne okay vielleicht kommen die trauger jungs erstmal hier rüber traugi ich kann den ja auch mal antworten oder oh scheiß habe ich den pfeilchen getroffen habt ihr das gesehen wie dumm das war ich habe halt original den pfeilchen getroffen vielleicht solltest du ich sag's nur jetzt mal wieder die anderen pfeile ausrüsten können wir jetzt mal hier hoch da ist noch einer ne oh gott ich habe so schiss leute da hinten ist irgendwas oh mein gott was geht hier ab in dem gebiet oh gott oh gott es kommt es kommt oh gott ich weiß nicht was das ist nee 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 nein oh oh der ist übelstark leute okay lass den noch einmal hauen die acht wow auf blocken achso du kannst den auch blocken okay tschüss stirb junge stirb oh okay geil schmiedeblasebalke döns gar keine zeit mehr hier irgendwas anzugucken speichere welt okay das finde ich natürlich ganz geil das haben wir uns nämlich absolut verdient die männer oh gott kann ich hier mal kurz chillen bitte lassen sie mich chillen okay der war ja übel der geist ach ich konnte den blocken mein schwert ist bald down leute ne wer ist hier noch wer ist hier noch so gift muss ich wieder einnehmen bitte no 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 freeze das ist so fiese oh 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 ich hatte voll den freeze Okay, die geile Morgel kommt. Das bedeutet, es ist Tag. Hatte der noch Loot? Das muss ich ja mitnehmen, oder? Weil das soll ja ganz geil sein. Bitte gib mir wieder Leben. Ich brauche Leben. Ich habe zu wenig Strenge dabei. So, was geht hier? Ist das jetzt mal so ein Boss gedötzt? Okay, keine Zeit zum Lesen. Tschüss. Ich habe Angst. Okay, hier ist auch wieder nichts. Oh Gott, ich bin so weit weg. Scheiße. Aber das Gebiet scheint mir schon größer zu sein. Aber ich sage es euch so, wie es ist, Leute. Ich muss wieder zurück. Ich muss hier wieder zurück. Kann ich denn? Guck mal, das zieht ihr. Das Problem ist, ich habe keine Tränke dabei mehr. Und ihr merkt ja, was hier los ist. Wenn hier ein so ein Dude kommt. Ich kriege hier so auf die Mappe, Leute. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie ich hier auf die Mappe kriege. Das ist echt nicht mehr feierlich. So, wo muss ich hin? Oh Gott. Okay, ich muss ja jetzt hier wieder außenrum. Und ich muss hier richtig aufpassen jetzt, Leute. Ich muss richtig aufpassen jetzt. Ich darf nicht das Ebenengebiet regnern. Warum gibt es denn jetzt hier nur noch ein Freeze nach dem nächsten? Der hat mir fast das Leben gekostet gerade. Dieser scheiß Freeze, ey. Langsam wird es echt eklig. Ja, komm doch her, du Trauerschwein. Alter Schwede. Ich hatte so eine Angst, ne. Als dieses Baumspinnmonster aus dem... Das ist übrigens... Nee, ich wollte schon sagen. Guck mal, der hat da schon wieder lauert. Das ist ein fässliche Vieh, ey. Oh Gott. Schaff ich das bitte hier rüber. Leck mich doch. Oh Gott, da hinten ist übel Alarm, ne. Okay, ich renne. Ich habe mich spontan dazu entschlossen, wegzurennen. Du musst ja erst mal raus, ey. Mein Gott, ist das übel. Der Weg ist mir schon wieder zu weit, Leute. Ich muss mir direkt vor dem Sumpfgebiet auch noch eine Base, wieder eine kleine Zwischenbase hinbauen. Und da muss ich das Portal holen oder so. Ich habe keine Ahnung, wie ich es mache. Ich muss hier wirklich Step für Step mich ständig da vorbewegen, weil das ist alles so knapp wie Knapsen, Leute. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie knapp das ist. Schaffe ich das? Okay, erst mal die Ausdauer wiederholen. Boah, ey. Leute, Leute. Okay, ich habe... Warte mal. Erst mal. Machen wir es halt so, oder? Die paar Sekunden macht das Graut jetzt auch nicht fett hier. Moin. Vielleicht, dass ich mir das Portal von da hinten nochmal ein Stück nach vorne wiederhole. vor allen Dingen weg von dem Ebenengebiet. Wenn ich das so mache, ich komme ja nie voran, wenn ich das jedes Mal so mache. Das ist ja übel, nervig auch ein bisschen. Das kann doch nicht die Idee sein, oder? Jeder Meter, den ich hier zurücklege, ist so gefährlich. Das ist unfassbar. Aber das würde schon Sinn machen, ne? Guck mal, wenn ich mir das... Wie weit ist das jetzt entfernt? Ich meine, ich wäre wieder ein bisschen näher dran, ne? Äh, verdammt, äh. Ja. Haltet mich für verrückt, Leute. Ich würde halt wirklich so... so gut, wie es geht, wirklich so viel Meter wie möglich sparen. Ich mache das jetzt. Ich baue jetzt hier wieder so eine ganz kleine Hütte hin. Ich sollte aber hier hinten das Nest erledigen, ne? Okay, keine Ausdauer. Ich meine, im düsteren Wald wäre ich doch erstmal überleben, oder? Alter, nein. Anfangs... Absoluter Anfängerfehler. Ohne Ausdauer in den Kampf reinrennen. Das war wirklich ein klug Gedankenspiel. Also... Gib mir mal die Map, bitte. Warte mal, hier ist ja das Ebenengebiet. Das bedeutet... Ich müsste es schon hier machen jetzt. Weil umso näher ich wieder dahinter gehe, umso mehr... kommen die anderen Leute wieder. Hier würde das doch relativ schnell gehen, oder? Also schnell ist gut. Ihr wisst, was es immer bedeutet. Ich mache das jetzt einfach. Das scheint nämlich ein größeres Sumpfgebiet zu sein, wenn ich das richtig einschätze. Das ist nur eine vage These. Aber... Scheiß drauf. Nein! Das ist natürlich wieder scheiße hügelig hier, ne? Die Nummer. Das ist nie so eine geile Sache. Müssen wir wieder ein bisschen tricksen, Leute. Da müssen wir ordentlich tricksen, sehe ich gerade. Okay, das würde ja gehen. Genau, so. Okay, also. Das ist wieder drüber geballert. Mittlerweile müsste man hier eigentlich ein Profi drin sein. Wie oft wir das jetzt schon gemacht haben. Natürlich, Holz fehlt. Wir wissen es doch. Das ist doch jetzt wirklich ohnehin das erste Mal. Dass das so ist, oder? Ich habe gar nicht ins Inventar geguckt. Ich dachte, ich habe genug Holz. Ausnahmesweise mal. Aber nein. Es fehlte wieder etwas. Ich muss ja auch die Palisaden noch machen. Das könnt ihr mir ja mal bitte mitteilen. Das würde mich wirklich mal extrem interessieren. Und dann die ganzen Leute unter euch. Michael und Frank vor allen Dingen. Die ja anscheinend 500 Stunden in dieses Spiel investiert haben. Was ich mittlerweile absolut verstehen kann. ganz klar. Also da kann ich das. Das ist wirklich so ein Spiel. Wenn man da Bock drauf hat, kann man hier 10 Jahre drin verbringen. Mich würde mal interessieren, wie ihr das macht, wenn ihr da in so ein neues Gebiet... Bin ich da jetzt zu übervorsichtig, dass ich mir da jedes Mal wieder was hintümme? Oder wie macht ihr das alle? Für mich ist das total klug. Aber es nervt mich auch so ein bisschen, weil ich halt nie vorankomme. So, ich muss halt jedes Mal mir wieder da so ein Stück Hütte hinbauen. Das ist irgendwie auch total dumm. Aber was anderes fällt mir ohnehin so. Ich bin ja froh, dass ich mittlerweile die Nummer mit den Palisadenwänden kapiert habe. Ne, weil... Tu mir mal einen Gefallen. Geh mal auf. Aber ihr bringt mir doch immer Holz mit, Freunde, oder? Danke. Oh ja. Gib mir mal... Nee. Gib mir mal die Werkbank. Klatsch die da in die Ecke rein. Dann das Bett wieder hin. Schön muss das alles nicht sein. So. Dann brauche ich... Ah ja. Ist ja noch gar nicht vorbei, die Nummer, ne? Äh... Dich wieder? Ist wirklich völlig egal, wie das jetzt aussieht. Hauptsache... Nein. Na gut, das muss vielleicht nicht unbedingt sein. So. Wir haben die genug, ne? Na gut, wir haben schon ein bisschen was, sehe ich gerade. Kannst du jetzt hier... Oh, Alter, die Freezes, die sind manchmal langsam wirklich echt nicht mehr cool jetzt. Das ist jetzt... Och, das wird ja immer mehr jetzt, ne? Unfreeze, ja. Gibt's da noch irgendeinen Tipp? Vielleicht irgendeine... Irgendeine Grafikeinstellung, die ich noch ausstellen kann oder so. Weil das ist echt... Langsam wird's ein bisschen nervig. Weil das jetzt... Am Anfang war das ja wenigstens mal noch so... Einmal eine Folge oder so. Aber jetzt ist das ja nur noch, Leute. Und ich bin halt vorhin fast gestorben, ne? An dieser einen Stelle da. Weil ich während des Fighters den Freeze hatte mit diesem komischen Geist. Und als mein Freeze aufgehört hat... Hatte ich so gesagt schon den seinen Angriff im Gesicht. Okay, wir müssen mal ein bisschen Ausdauer tanken. Ich liebe es! Es ist wenigstens ein normaler Troll. Nein, bitte nicht ins Wasser. Also... Oh, der will mein Haus kaputt machen Kannst du vergessen, Alter Ja, tschüss, ey Einfach noch, ciao Wo war mir stehen geblieben, weil ich kann schon wieder gar nicht mehr reden Okay, ich muss so ein bisschen Platz für das Portal lassen Was soll er denn hier her? Okay, das war's wieder Okay, schnell mal ein paar Bäume hier Komm, gib mir jetzt Holz Ich bin Bock jetzt auf den Kappes hier Ich will kein Kernholz, ich will einfach bitte nur Holz Das wäre toll Wow Ich habe meine Ausdauer gerade so gar nicht im Griff Aber Oh nein Oh Gott, wie nervig Mein Gott, die haben mich die ganze Zeit richtig krass in Ruhe gelassen Ich hasse nur den Baumstammtroll Der nervt mich Mann, ich will doch einfach nur mal erkunden Das kann doch nicht sein Das haut er wieder ab Aber der kommt doch gleich wieder Ich will es doch Nee, der haut Komischerweise haut er jetzt ab Aber das ist Der verarscht mich, Leute Ich weiß ganz genau, dass der mich verarscht Der kommt jetzt gleich hier wieder vorbei Ja, was wollte ich sagen Jetzt sieht man übrigens gerade Wunderbar Ich habe es euch gesagt, Leute Aber vielleicht kann ich jetzt nochmal meinen Schade Der hat mich schon auf den Krieger, ne Ich dachte, ich kriege jetzt nochmal den geilen Move hin Alter, wo will der immer hin? Der nervt mich Jetzt machen wir es doch endlich mal zu Ende hier Alter Junge Das ist so nervig Mann Der nervt mich beim Hausbau Ich will doch einfach jetzt mal diese Bude da hinsetzen Verdammte Axt Oh Leute, wirklich, dieses Spiel Es ist so unfassbar Was wollte ich sagen Meine Ausdauer regeneriert sich gar nicht mehr Weil ich jetzt natürlich die ganze Zeit schiff Ja So, jetzt habt ihr viel zu wenig jetzt, oder? Nee, es könnte reichen So, jetzt kommt er gleich wieder Und nervt So, lass mich doch bitte vorbei Ja, also Keine Ahnung, Leute Mann, ich will halt einfach mal ein bisschen was erkunden Und ständig ein Haus gebaut Ich glaube, deswegen habe ich auch zu Hause keine Lust mehr, ein Haus zu bauen jetzt Weil ich ja die ganze Zeit auch noch während des Eigentlichen Spiels ständig irgendwelche Häuser bauen muss Aber ich weiß sonst nicht, wie ich das anders machen soll Und die Nächte, die sind halt so heftig Weil die Gegner wirklich in einer Tour am Spawn sind da Und Deswegen habe ich da, sehe ich da wenig Wenig Chance, was anderes zu machen Okay, liebe Leute Ich würde sagen Das war's für heute In der nächsten Folge holen wir schnell das Portal noch hier rüber Und dann gehen wir hoffentlich wieder mal ins Zoom-Gebiet Und bis dahin sage ich vielen, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart Und bis bald bei Walheim Macht's gut, tschüss Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Untertitelung des ZDF, 2020